Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies und auch willkommen bei einem neuen News Video. Ich möchte heute auf ein paar News eingehen, die gekommen sind seit dem News Video von gestern quasi. Dann möchte ich noch einmal auf ein paar Quartalszahlen eingehen, die auch schon reingekommen sind und auf ein paar Quartalszahlen, die noch nicht gekommen sind. Das heißt also, die kommen heute im Laufe des Tages. Wir fangen jetzt gleich mal an mit den Quartalszahlen. Dann gehen wir mal rüber zu den Quartalszahlen, die schon gekommen sind und dann gehen wir noch mal ein bisschen durch die News, unter anderem heute mal mit Suse, mit AT&T und Discovery zusammen, mit Krenke und mit GoTo. GoTo im Übrigen kein börsengelistetes Unternehmen, aber man muss sagen, dass da viele Unternehmen wie zum Beispiel Alibaba, Tencent, Alphabet und so weiter drin investiert sind. Deswegen wird das sehr spannend, da gibt es halt auch News zu. Da kommen wir dann aber gleich zu. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Quartalszahlen, die heute noch kommen werden. Unter anderem eine Walmart wird vorbörslich, also amerikanischer Zeit, vorbörslich kommen. Auch The Home Depot wird vorbörslich die Zahlen vorstellen. Nachbörslich wird dann Take-Two kommen. Unter anderem stellen aber auch noch Tata Motors und Baidu die Zahlen heute vor. Wie gesagt, NetEase und Vodafone sind schon gekommen. Bei NetEase können wir sehen, dass die Auswirkungen nicht so wirklich stark auf den Chart waren. Wir sehen das hier, es hat sich nicht wirklich viel bewegt. Man muss sagen, die Zahlen wurden auch relativ gut erreicht. Die Schätzung lag bei 6,352 chinesischen Yuan Gewinn je Aktie. Sei dazu gesagt, das Ganze ist auf die ADS bezogen. Letztendlich geworden sind es dann 6,53 chinesische Yuan, also etwas mehr als erwartet. Und wenn wir uns auch den Umsatz angucken, da lagen die Schätzungen bei 20,13 Millionen chinesischen Yuan. Da sind wir letztendlich bei 20,517 Millionen chinesischen Yuan gelandet. Das heißt also, man ist relativ nach den Vorstellungen gelaufen. Es gab jetzt keine wirklich schlechten Nachrichten dazu. Also es ist letztendlich alles so wie es war. Die Quartalszahlen sind damit in Ordnung. Und dementsprechend hat die Börse jetzt auch nicht wirklich stark darauf reagiert. Ganz anders sieht das bei Vodafone aus. Das könnt ihr jetzt sehen. Vodafone aktuell bei minus knapp 5,4 Prozent. Die waren heute, wie ihr an der Kerze sehen könnt, schon um einiges tiefer. Da gab es eine richtige Abstrafung. Das Problem bei Vodafone ist nicht der Umsatz oder der Gewinn. Man muss sagen, dass der Umsatz ein wenig gefallen ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass man bei Vodafone sehr, sehr viel investieren möchte. Und man hat dementsprechend gesagt, man wird höchstwahrscheinlich über die nächsten zwei Jahre, also so mittelfristiger Zeit, sehr, sehr wenig Free Cashflow haben. Und das hat den Aktionären nicht so gefallen. Auf der anderen Seite können wir sehen, es gab eine positive Gegenreaktion. Der Kurs ist wieder relativ stark angestiegen. Da muss man jetzt auch einfach dann dementsprechend dazu sagen, klar, es wird jetzt weniger Free Cashflow geben. Allerdings wird das Ganze ja investiert. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass dadurch dann auch über die nächsten Jahre hinweg mehr Gewinn eingefahren werden kann. Der Umsatz sank im Übrigen um knapp 2,6 Prozent auf 43,81 Milliarden Euro. Man muss dazu sagen, dass dort sogar die Analystenmeinungen etwas niedriger waren. Die hatten so ungefähr 43,64 Milliarden Euro geschätzt. Das heißt also, dort hat man die Schätzung ganz, ganz leicht übertroffen. Das Ergebnis von Steuern ist allerdings stark gestiegen. Wenn man das Ganze auf die zwölf Monate betrachtet, also bis zum Ende des Märzquartals natürlich, sehen wir, dass wir 4,4 Milliarden Gewinn vor Steuern hatten. Davor im Jahr waren es im Übrigen noch 795 Millionen. Das heißt also, wahrscheinlich kam die ganz, ganz starke Reaktion eher wegen den Zukunftsaussichten, die man dort gegeben hat. Wobei man auch gesagt hat, dass die operative Gewinnmarge etwas höher werden wird in der nächsten Zeit. Jetzt kommen wir mal zu Suse. Suse kennt ihr vielleicht einen Linux-Software-Anbieter. Die gehen an die Börse. Morgen soll das Ganze soweit sein. Man hat im Prinzip auch schon Aktien verkauft, beziehungsweise abgegeben. Der Finanzinvestor von Suse hat den Aktienverkaufspreis auf 30 Euro festgelegt. Damit würde man dann insgesamt einen Wert von ungefähr 5,05 Milliarden Euro haben, wenn Suse dann morgen an die Börse geht. Das Ganze wird übrigens an der Börse Frankfurt geschehen. Da wird es dann sehr interessant, wie sich der Kurs dann entwickelt. Man muss aber auch sagen, dass im Prinzip in Anführungszeichen nur knapp 550 Millionen Euro direkt an Suse gehen. Der Rest geht dann an die Investoren und so weiter. Suse hat 1,2 Milliarden Euro Schulden. Damit kann man dann aber natürlich durchaus schon mal die Schulden tilgen. Außerdem sind jetzt schon Capital Research mit in dem Boot. Und auch die GEC, das ist der Staatsfonds von Singapur. Die haben alleine schon für 340 Millionen Euro umgerechnet sich dort eingekauft. Das heißt also, das Ganze könnte gut laufen. Die preisliche Spanne lag übrigens zwischen 29 und 34 Euro. Dort hat man sich dann eher im unteren Teil dran gerichtet. Gehen wir mal weiter zu Grenke. Ihr seht das jetzt hier schon. Grenke ist gerade bei knapp plus 22 Prozent. Es schwankt die ganze Zeit so ein bisschen. Wir sehen jetzt aber, jetzt aktuell sind wir sehr, sehr hoch. Und das Ganze liegt daran, dass die KPMG ein Testat für 2020 abgegeben hat. Das heißt also, es gibt ein uneingeschränktes Testat für den Konzernabschluss 2020. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Grenke wurde dort sehr, sehr viel vorgeworfen, dass sie Bilanzen Probleme hätten. Bilanzen sogar eventuell fälschen würden. Das hat KPMG jetzt aber im Prinzip dann einmal dementsprechend verneint, um das mal so zu sagen. Sie haben also das Ganze jetzt abgehakt und unterschrieben, um das mal so zu sagen. Und damit sollte das Ganze, diese Bilanzvorwürfe jetzt fürs Erste gelaufen sein. Ob es jetzt wirklich wieder dahin geht, wo Grenke natürlich mal war, ist fraglich. Man muss einfach dazu sagen, das Vertrauen ist natürlich bei vielen weg. So Firmen erholen sich dann oft nicht mehr zu dem All-Time-High. Allerdings natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht jetzt, dass KPMG das Ganze jetzt bestätigt hat. Und deswegen sehen wir auch diese plus 22 Prozent. Kommen wir jetzt mal zum letzten Thema und zwar Gotu Group. Das ist eine Fusion aus zwei größeren indonesischen Firmen und zwar Gojek und Tokopedia. Man muss jetzt sagen, dass wirkliche Tech-Größen in diese beiden Firmen investiert sind, beziehungsweise jetzt bei diesem Zusammenschluss in beide Firmen, wie zum Beispiel JD.com, Facebook, PayPal, Alphabet, Tencent, Alibaba und auch unter anderem Softbank. Das Ganze ist also so ein bisschen ein riesiger Zusammenschluss der ganz, ganz großen Tech-Firmen. Diese Firma Gotu wird dann insgesamt ungefähr 18 Milliarden Euro wert sein. Und das wirklich Interessante, was man sich auch einfach mal vor die Augen halten muss, ist, dass man Punkt 1 100 Millionen aktive User zusammen hat und Punkt 2 2 Prozent des kompletten Bruttoinlandsproduktes machen wird. Als ein Unternehmen, das muss man sich einmal vorstellen, das ist natürlich extrem viel. Sei jetzt aber einmal dazu gesagt, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, dieses Unternehmen ist noch nicht an der Börse. Es spricht allerdings natürlich nicht sehr viel dagegen, dass es bald an die Börse kommt. Nur aktuell ist das gerade nicht der Fall. Es sollte aber trotzdem, finde ich, einmal hier erwähnt werden, weil es einfach ein riesiges Unternehmen wird, was auch auf jeden Fall die Chance hat, an die Börse zu kommen. Kommen wir jetzt zu guter Letzt noch einmal zu AT&T. Denn AT&T hat WarnerMedia ja aufgekauft. Und AT&T wird sich jetzt mit Discovery zusammentun und ein ganz großes Medienunternehmen daraus schaffen. Dann hat man also einmal Discovery und dann einmal WarnerMedia. Die werden sich dann im Prinzip zusammentun. AT&T hat eine sehr, sehr große Beteiligung und wird dafür auch noch entschädigt. Sie bekommen Punkt 1 43 Milliarden US-Dollar und sie haben weiterhin eine Umsatzbeteiligung von 71 Prozent. Das heißt also, sie geben so ein bisschen das Ganze ab. Sei auch dazu gesagt, der alte Chef von Discovery, also der alte CEO, der wird den ganzen Gesamtladen jetzt führen. Das heißt also, man gibt auch so ein bisschen natürlich Machtart auf der anderen Seite, muss man natürlich wie gesagt sagen, 71 Prozent hält AT&T trotzdem davon. Wenn wir uns jetzt aber die Charts mal angucken, dann sah das Ganze erstmal sehr, sehr positiv aus. Ihr könnt das hier jetzt sehen. AT&T aktuell im Übrigen vorbörslich bei minus 3,9 Prozent. AT&T ist extrem stark gestiegen, war gestern zwischenzeitlich sogar bei plus 4 Prozent ungefähr. Ist dann komplett abgerutscht, so ein bisschen Sell on Good News auf minus 2,7 Prozent und wie gesagt, heute vorbörslich auch bei minus 3,9 Prozent. Bei Discovery sieht das im Übrigen nicht sehr viel besser aus. Discovery war ebenfalls sehr, sehr stark im Plus, beziehungsweise noch um einiges stärker als AT&T. Über 10 Prozent, also auf jeden Fall zweistellig. Ist dann aber auch, wie ihr hier sehen könnt, bei minus 5,05 Prozent geschlossen. Und auch hier sehen wir aktuell vor der Börsenöffnung sind wir hier im Minus. Das wird also sehr interessant, wie sich das Ganze jetzt in der nächsten Zeit entwickelt. Erstmal also sehr, sehr positive Nachrichten gewesen. Dann gab es den Abverkauf. Und jetzt werden wir natürlich sehen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Wenn man jetzt natürlich an dieses Konzept glaubt und auch denkt, dass das Ganze natürlich sehr, sehr positiv sein könnte, dann kann man das Ganze eventuell als Nachkaufgelegenheit nutzen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und auch ein Abo. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal da wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.